Hi, heute kommt mal wieder ein kleines Deck Profile zu dem Deck, zu dem ich schon lange kein Profil mehr gemacht habe. Und zwar wie ihr es schon sehen könnt, Shaddles und zwar sind das jetzt Trap Shaddles. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Los geht's mit dreimal Wendy. Wendy ist so ziemlich das beste Shaddle Monster, das ihr sehen wollt und auch vom Flip-Effekt her und vom Grafit-Effekt her einfach richtig gut. Dann spielt man zweimal Squamata. Im normalen Pure Shaddle-Bild würde man auch auf jeden Fall dreimal Squamata spielen, aber hier im Trap-Bild finde ich reicht. Squamata zweimal, weil der Fokus hat eher auch auf den Traps liegt. Dann spiele ich zweimal Hedgehog bzw. Eagle. Einmal Beast, einmal Drache, einmal Falco und einmal Ariel. Also so ziemlich alle Shaddles halt. Man könnte sich auch überlegen Hollow und Genius oder wie er heißt zu spielen, also die von Ghost from the Past. Ich habe die aber nicht und ehrlich gesagt auch keine Lust mehr die zu kaufen. Wenn ihr die aber habt, könnt ihr die natürlich ausprobieren oder reinseiten. Die sind nämlich auch gut. Das ist aber halt so das Standard Shaddle Package hier, das man auf jeden Fall so spielen sollte. Man könnte vielleicht einen Igel weglassen, aber an sich ist das schon gut so. Dann eine Sache, die nicht so arg viele Leute spielen, habe ich aber bei einem amerikanischen YouTuber gesehen, TCG Sam. Und zwar ist es Märchenschweif Mond und Schnee. Also Märchenschweif Schnee ist ja noch gar nicht so lang von der Bandlist runter. Deswegen wisst ihr vielleicht gar nicht, was sie macht. Ich lese es euch einfach mal kurz vor. Also falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das der Gegner kontrolliert, und das andere ist in die verdeckte Verteidigungsposition. Also ist halt Book of Moon. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sieben andere Karten von der Hand, deiner Spielfeldseite und oder deinem Friedhofverband, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Also ihr könnt euch damit halt einfach hier so einen Light Target praktisch holen. Und das braucht ihr ja bei Shaddle häufig. Deswegen ist ganz gut. Gut, dann Fairytale Mond, auch eine Karte, die nicht so viele Leute spielen. Wenn man die hier beschwört, kann man sich nochmal sie hinzufügen. Auch wie gesagt, gut für ein Light Target, braucht man halt einfach für Konstrukt. Und dann kann man noch ein offenes Monster vom Gegner wählen, das der Gegner kontrolliert. Und dann muss der Gegner eine Karte mit dem Namen des Monsters von seinem Deck oder Extradeck auf den Friedhof legen, um den Effekt zu annulieren oder die Karte und dieses Monster hier auf die Hand zurückgeben. Und das geht während beiden Spielzeugen. Also auch ein echt guter Effekt. Und fliegt sich halt auch, die sind Licht. Also wie gesagt, gute Effekte und Licht Targets. Dann hier eine Sache, das sind jetzt praktisch noch meine Proxys. Also ich würde hier einmal Dogmatica Maximus, einmal Ecclesia und einmal Fleur de Lis oder Fleur de Lis spielen. Einfach ein kleines Dogmatica Package. Allerdings habe ich die beiden noch nicht, deswegen spiele ich jetzt zweimal Effektwälder, auch als Licht Targets. Aber ich finde Maximus ist einfach auch echt eine ganz gute Karte. Natürlich als One-Off sieht man den nicht oft, aber naja, oder aber. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Also ich spiele jetzt dreimal Schattenpuppenfusion. Zweimal L-Schattenpuppenfusion. Und dreimal Superpody. Also Superpody, einfach eine richtig gute Karte, immer noch. Richtig guter Interrupt. L-Schattenpuppenfusion und Schattenpuppenfusion natürlich auch richtig gute Fusion Spells. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber ich finde, das reicht, die hier zweimal zu spielen, weil wie ihr seht, ihr habt jetzt schon acht Fusion Spells. Und ja, das sind eigentlich genug. Ich kann aber natürlich auch noch die letzte L-Schattenpuppenfusion spielen. Dann kommen wir zu den Traps. Einmal Rashed Shadow Incarnation und einmal Schisma. Ja, ich denke mal, ihr wisst auch, wie man die beiden einfach halt loopt. Dann dreimal Sinister Shadow Games. Beziehungsweise düstere Schattenspiele. Vielleicht auch eine richtig gute Karte. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zu den anderen Nicht-Shadow Traps. Genau. Und zwar dreimal Sodem Strike. Einfach eine ganz normale, gute generische Trap. Dreimal Torrential Tribute. Ich meine, das ist natürlich zum einen gut gegen Combo-Decks. Zum anderen triggert ihr damit auch eure Shadow-Effekte. Dann zweimal Dogmatica Punishment. Natürlich auch sehr gut. Zum einen könnt ihr Abcolon schicken. Zum anderen könnt ihr Entis schicken. Und zweimal Dynamiscus. Auch sehr gut. Weil damit triggert ihr auch eure Shadow-Effekte. Also das sind jetzt alles Karten, mit denen ihr auch eure Shadow-Effekte triggert. Bis auf Solem Strike. Für Solem Strike kann man aber natürlich auch noch irgendeine andere gute Trap spielen. Das ist euch überlassen. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Also ich spiele dreimal Construct. Einmal auch mit dem alten Artwork. Ja, es gibt auch Bills, wo Leute die nur zweimal spielen. Würde wahrscheinlich auch ausreichen, aber ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst groß spielen soll. Dann zweimal Winter. Also die reicht auf jeden Fall auf zwei. Zweimal Abcolon. Könnte man sich überlegen, auf drei zu spielen, aber finde ich reicht eigentlich auch zweimal. Einmal Schattenpuppe Construct. Einmal Strick-Scharf. Einmal Gravity-Controller. Nightmare Phoenix. Borrel Sword Dragon. Also halt einfach ein bisschen Damage machen zu können. Und dann hier halt noch so zwei Super-Poly-Targets. Hunger, Gefusionstache und Mud Dragon of the Swamp. Und dann auch noch Ältestes Wesen Entes. Natürlich auch als Target für euer Dogmatiker-Punishment. Ich meine, ich habe auch nicht Nadir Servant. Nadir Servant könnte man natürlich auch zweimal spielen und dafür irgendeine Trap rausmachen. Klar, Dogmatiker-Package ist halt immer noch einfach gut und passt gut. Kommen wir jetzt zum Side-Deck. Ähm, ja, ein bisschen random, dass ich Called by the Grave im Side-Deck habe. Aber ich finde eigentlich, zum Beispiel gegen Ältlich oder so, macht es Sinn, die Karte trotzdem noch rein zu sein. Wenn ihr Ältlich banischt, dann, ja, was für eure Gegner dann groß machen. Dann, äh, ganz normal der andere Handtrap. Lancia ist halt auch Licht, deswegen spiele ich die Impermanence. 3-mal Dimensional Barrier. Also kommt halt einfach ganz drauf an, was ihr für Match-Ups habt. 2-mal Solemn Judgment. Falkrube des Totengräbers. Und, was ich mir auch noch überlegt hatte, einmal Ältlich oder zweimal Ältlich in dem Deck zu spielen. Man muss ehrlich sagen, habe ich noch nicht ausprobiert, aber denke, es könnte funktionieren. Also das Deck an sich, wenn ihr es ohne die Dogmatica-Karten spielt, die ich ja auch nicht habe, ist es wirklich sehr günstig. Einzige Karten, die jetzt hier teurer sind, sind so Karten wie Antis und Boreal Sword Dragon. Ich glaube, alles andere kostet wirklich nichts. Also, das sind ja alles Karten, die sind auch im Shadow Structure Deck drin. Auch im Main Deck ist eigentlich nichts Teures drin. Also, wenn man sich das so anschaut, sind keine teuren Karten drin. Die Karte kostet ja auch nichts mehr. Schiss mal kostet zum Glück ja auch nichts mehr. Okay, Super Poly kostet 1 Euro oder so, aber das ist halt auch schon wahrscheinlich das teuerste im Main Deck. Und Fairytale Schnee kostet auch 2 Euro oder so. Aber alle anderen Karten kosten fast nichts. Also, wenn ihr auf Card Market euch das Deck so zusammenstellt und jetzt nicht auf irgendwelche Rarities oder so achtet und vielleicht Antis rauslasst und stattdessen noch einmal Apcolon spielt oder statt Boreal Sword Dragon Boreal Lord Dragon spielt, dann kommt ihr bestimmt mit unter 50 Euro weg. Und dafür ist es wirklich ein sehr starkes Deck. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.